So, 321, willkommen zurück zu Anno 1800 und wir müssen mal ganz kurz eine Zeitung anschauen. Beziehung verkümmert, was? Destillationsknappheit, der Mangel an Schnaps aufgrund... Oh, Osthof... Äh, schlecht. Okay. Ablenkung? Puh. Kriegsrecht, Knappheit, oh Gott, oh Gott. Ähm, Rest lassen wir, das hält sich ja die Waage veröffentlichen. Gott. Elektra. Das ist da oben. Gott, dann fährst du mal hier runter. Wo ist denn der Hafen hier? Und du fährst mal hier rüber? So, Schnapsknappheit. Wo war das denn? Zur Hölle. Wo fehlt's an Schnaps? Pia ist da, Schnaps ist da. Nickel... Pie... Spielstand, Verspächer. Kognak. Harvisham. Rosen-Dings-Wumms. Ost... Hofen. Stimmt. Hier haben wir nur Bretter gemacht. Ähm, dann... Mal ganz schnell hier... ...ne Feuerwehr. Dann gehen wir mal... ...gross in die... ...Schnapsproduktion. Ähm... ...ein Lagerhaus... Dafür ist der Boden nicht geeignet. Was? Ach, hier wächst... ...kein Schnaps? Scheiße. Wir stecken hier viel Herzblut rein. Das ist jetzt... ...ärgerlich. Gut... ...dann... ...hmhmhm... ...blöd. Bauen wir noch ein Schiff? Dann... ...belief... ...Fregatte. Dann beliefern wir die da hinten einfach mit Kartoffeln. Das ist ja... ...richtig scheiße. Gut... ...hier lassen wir erst mal... ...noch ein paar Häuser aufsteigen. So... Wir füllen... ...einmal... ...aufstieg nicht möglich. Achso... ...unsere Steine sind alle... ...gut... ...dann... ...haben wir aber jetzt genug Handwerker. Ach... ...ich hätte es einfach so lassen sollen. So... ...die brauchen dann... ...Fenster. Keine Ahnung warum. Fleisch... ...Konserven. Wie kommen wir denn an Fleischkonserven? Rinder... ...Farm... ...fehlende Fruchtbarkeit. Bauern... Bauer... ...Bauern... ...Ahh... ...Mann... ...Mann, man... ...Siehts hier aus... ...Das Schiff dauert noch ein bisschen... Hier tummeln sich Schiffe zu verkaufen. Discount Guffington-Horkmouth wurde auf seinem eigenen Grund aus dem Hinterhalt angeschossen. Das zeigt, wie welch höchst erfreuliche Überraschung. Okay, wir gucken erst mal, ob wir noch ein bisschen Stahl... Mit dem größten Vergnügen. Und Holz bekommen. Handeln. Ein königlicher Handel. Kann ich noch mehr Holz einkaufen? Endlich kann ich meinen königlichen Handel. So, 50 Holz. Diese Insel... Gott, hier sind richtig viele Piraten drumherum. Was ist das für eine kleine Insel? Traubenfrucht... ...Kite. Sind unterwegs. Rollen wir uns auch einfach mal. Steuermann. Was wir haben, das haben wir. So, Schiff vom Stapel gelassen. Genau. Dann sehen wir zu, dass wir hier hinten Kartoffeln hinbekommen. Alle stehen bereit. Ähm, Moment. Expedition schon wieder eine. Zum Verkauf. Trefferpunkte. Was kostet mich. Unterhaltskosten. Status. Welch höchst erfreuliche Überraschung. Was? 21.000. Wollt ihr mich? Schiff mit dem Siegel der Königin. Gott, oh Gott. Äh, Expedition. So, wie sieht's aus? Alles bereit zur Jagd. Ein schreckliches Raubtier belauert uns, flüstert der Schiffsjunge. Vielleicht hat er recht, denn die Vorratsaufnahme verlief nicht so ereignislos wie gehofft. Schon am ersten Abend in der Bocht ging ein Mann verloren, dessen Sporen in Urwald führten. Viele fragten sich die Arbeit so fortzusetzen. Jagdglück. Riedegabe. Im Glücksspiel eine Falle stellen. Eine Falle stellen. Wow. Ja, Beute. Wow. Ein Puma? Fallgruppe bestie. Ja, Beute. Ja, Beute. Annehmen. Überwortgehende Fracht. Oh Gott. Ähm, nsnsnsn, nsnsn. Ähm, nsnsn, nsn. Ähm, nsnsn, nsn. Ich würde sagen, erstmal heimkehren. So. Meinschausenelektra. Wollte ich doch erstmal... Hi! Hier Kartoffelnladen. Beziehungsweise... Machen wir eine Handelsroute auf? Ähm... Was dich angeht, muss ich leider meinem Instinkt vertrauen. Ähm... Handelsroute. Du fährst von hier. Klicken zum Laden. Kartoffeln. Annehmen. Nach... Da... Entladen Kartoffeln. Korrekt. Rote einrichten. Handelsrouten. Abbrechen. Würde gerne dieses Eiland beanspruchen im Namen des Kaisers und der Kaiserin. Nein. Sie halten sich nicht zurück? So. Kaisers. Frachtplätze. Drei Itemplätze. Zwei Trefferpunkte. Und was jetzt? Ich glaube, die Piraten, die könnten echt Probleme machen. Wir haben Segel auf deinen Hafen gesetzt, Fischfutter. Fisch... Futter... Okay, die... Die mag mich nicht so. Dann... Kann ich schon... Irgendwelche krassen Kanonenboote bauen. Wir brauchen, glaube ich, Kanonen. Eisenmine. Kölerei. Däh, 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 däh. Es stand auf Messerschneide. Doch wir sind zurück. Sehr gut. Und... Der Damm hält auch bei Flut, wenn man ihn nicht sieht. Okay, das ist jetzt der Fuma. Was mache ich mit dem Fuma? Hier ausrüsten. Zoo. Zoo habe ich noch nicht. Waren Items. Waren Items. Waren Items. Waren Items. So, wir nehmen ein bisschen Stahl wieder mit. Items. Gut. Kann ich euch jetzt direkt nochmal auf Expedition schicken? Schiff zuweisen. Steife Prise. Ich werde niemals seekrank. Ein bisschen mehr. Jagdglück. Expedition beginnen. Mittlerer Hafen. Küstengebäude. Besucher Kai. Reparaturkran. Anlegestelle. Varité. Okay, okay, okay. Wir brauchen Fleischkonserven. Rinderfarm. Die können wir ja woanders bauen. Rinderfarm machen wir einfach hier. Zack. Gucken wir mal. Mal. Eins. Zwei. Zerstören. Drei. Vier. Rinderfarm. Tja, habe ich doch. Moment. Jagdgründe. Warum will das gerade nicht? Hier geht's dann nicht. Ach so, okay. Weil ich nur drei gebaut hatte. So, dann hätten wir hier schon mal Rindfleisch. Dann machen wir nochmal ein Bauernhaus. Quatsch. Ein Lagerhaus. Hier mit hin. Paprika ging hier auch. Deshalb... Paprika Farm. Oh. Scheiße, wie groß sind denn so ne Paprika-Farm? Gut, dann ein paar mehr Straßen. Handwerker Paprika. Wobei, das können wir ja hier hinten dran flanschen. Du und ich. Das klingt doch gut, oder? Nee, Scheiße. Machen wir nicht. So. Hopp. 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 Damit hätten wir Paprika. ein Feuer ist ausgebrochen. Wir haben eine Feuerwehr hier. Also kein Problem. Machen wir erstmal hier weiter. Schauen. Das reicht alles. Hatte ich hier jetzt ne Kanonenfabrik schon gebaut, oder nicht? Glauben nicht. Läuft das Fließband schneller als sonst? Doch. Kanonengiebsreihe hatten wir. Meine Fresse. Ich komm grad überhaupt nicht mehr klar. Hier wollten wir ein Kontor noch bauen. Ernsthaft? Wieso? Großer Willi. Um all diese Misthaufen hätte ich einen weiten Bogen gemacht. Zugegeben. Sieht ganz so aus, als wären deine Leute zum Kämpfen bereit. Du hast aber ein paar dicke Dinge. So. Entdeckungsreise. Erstmal wegklicken. Die Flammen wurden gelöscht. So. Paprika. Und Rindfleisch wird jetzt produziert hier. Ja. Dann beenden wir erstmal die Folge hier. Tschüss. Ciao. Bye-bye. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. hot ger 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 emergency. W championship Dinge. Oh ja, ja. Hoover. Wir sind unsere bidrag der畫ung. See. Neug v